Radio Pilatus Lukas, du bist mit deinem neuen Album schon seit letztem Jahr im Herbst. Ein Soloalbum. Du bist natürlich immer noch ein Teil von D'Andre Portas. Wieso hätte es das noch sein müssen, ein eigenes Album zu machen? Hat da irgendetwas gefehlt, Besitz? Hast du dich zu wenig verwirklichen können? Nein, also gut, ja. Wahrscheinlich wollte man schon nach 20 Jahren wieder etwas Neues wagen. Und das war schon die Lust, wieder etwas Neues anzufangen. My Way Back Home heisst das. Und wir können schnell reinhören. Die erste Single ab dem Album, Stand Up. Und das die aktuelle Single. Let's dance the night away. Was ist jetzt der Unterschied zu den Songs von D'Andre Portas? Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen poppiger als D'Ada im Gesamtbild. Und ich habe alle Songs mit akustischen Gitarren geschrieben. Das ist bei D'Ada nicht immer so. Wo man oft auch schon mit den elektrischen von Anfang an arbeitet. Und dann eigentlich rund um die akustischen Gitarren die Songs aufgebaut. Und dann ist sicher der Unterschied, dass ich sie singe, noch nicht der Pi. Aber den Stil an und für sich, da habe ich verschiedene gehört. Bis zum... Ja, sonst ist es wirklich total die eigene Stile. Es ist etwas anderes. Bis zum... Ja, man gehört extrem D'Ada Ante Portas aus. Also das müssen die Zuhörer selber ein bisschen beurteilen. D'Ada Ante Portas war im Studio. Far away. Ihr seid ja auf Stockholm, glaube ich, das Ganze aufnehmen. Was können wir da erwarten? Was habt ihr im Petto? Ja, es ist eine super neue Scheibe. Wirklich. Also ich bin wirklich begeistert. Und wenn man das Gefühl schon mal selber hat als Musiker, dann macht es natürlich auch total Spass, dann wieder mit dem neuen Album rauszugehen. Wird wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr, bis wir dann da etwas zeigen können. Aber wir sind... Ja, wir haben eine total gute Zeit gehabt. Und ja, merkt halt auch die Erfahrung, die wir oft kennen, und die Freundschaft, dass es Spass macht nach wie vor nach bald 20 Jahren. Ja. Ja.